Ja, Kurzurlaub in Braunlage. Drei Tage waren wir in der Pension Elisabeth Ilse. Also, es hat uns dort richtig gut gefallen. Es war auch recht preisgünstig. Kann man nicht meckern. Und in den Betten haben wir herrlich geschlafen. Ja, das Bad ist auch sehr neu. Leider habe ich vergessen, das WC und die Dusche zu fotografieren. Aber es ist vorhanden. Bis zum nächsten Mal. Ja, und nur drei Minuten Fußmarsch. Und dann ist man hier in dem Kurpark, der wirklich sehr schön angelegt ist. Ja, und nur drei Minuten Fußmarsch. Und dann ist man hier in der Pension Elisabeth Ilse. Ja, und nur drei Minuten Fußmarsch. Und dann ist man hier in der Pension Elisabeth Ilse. Ja, und nur drei Minuten Fußmarsch. Und dann ist man hier in der Pension Elisabeth Ilse.